So meine lieben Freunde, jetzt gibt es hier noch ein Video vor unserem Auswärtsspiel in Hannover. Wollte ich eigentlich schon vorher machen. Und zwar geht es um Talente, vorrangig aus unserer U17. Da hatte die BILD einen Artikel verfasst, wo sie auch geschrieben hat, mit welchen Spielern man unbedingt verlängern möchte. Wo man sich langfristige Zusammenarbeiten vorstellen kann. Und das habe ich mal zum Anlass genommen, mich auch mal ein bisschen zu diesen Spielern so umzuhören, zu erkundigen, ein bisschen mir was anzuschauen. Und da können wir deswegen gerne mal über diese Spieler sprechen. Mit reinnehmen tue ich auch, auch wenn er 2006er Jahrgang, meine ich, sein müsste. Und jetzt bei der U19 spielt auch Julius Gottschalk. Also wenn euch das Thema Nachwuchs U17-Spieler interessiert, dann bleibt gerne dran. Vielleicht hat der eine oder andere von euch ja auch schon Spiele von den Jungs gesehen und kann da auch ein bisschen seine Meinung zu sagen. Heute Abend sind wir, denke ich mal, wenn nichts dazwischen kommt, bei das RondoTV Live. Wöchentlicher Talk mit Benni, freue ich mich schon drauf. 21 Uhr, Twitch, das RondoTV, da findet er uns dann. Ja, Auslöser war, glaube ich, für die BILD darüber ein Artikel zu verfassen, das Testspiel unserer U23, was ja direkt nach dem Testspiel stattgefunden hat, von Hertha gegen Altklinike. Da hat unsere U23 gegen die U21 von Everton getestet, die ja in ihrer eigenen Nachwuchsliga immer spielen in England. Da ist es ja ein bisschen anders geregelt. Und dort waren zwei Spieler mit dabei, die als große Talente gelten und die wohl schon mal ein bisschen rangeführt werden sollen, so an den Herrenbereich. Und zwar waren das Boris Mamusa und Jelena Ndi. Beide noch 16 Jahre jung und aus der U17 und beides interessante Spieler. Und deswegen haben sie auch noch mal ein bisschen über die anderen Spieler gesprochen, weil das auch ein bisschen angeleiert sein soll von unserem Zecke Neuendorf, der ja jetzt in seiner neuen Aufgabe so ein bisschen als Zwischenstück, als Bindeglied fungieren soll zwischen Jugend und Übergang in den Herrenbereich. Sodass man eben auch nicht mehr ganz so viele Spieler früh verliert. Mit früh meine ich ja wirklich teilweise vor der U17, dass sie dann von Bayern, Leipzig und Co. abgeworben werden. Die natürlich mit Verträgen und auch sonstigen Sachen locken können, die wir einfach nicht bieten können. Das hat der Zecke ja auch von Anfang an gesagt. Es wird immer wieder Spieler geben, die uns verlassen, weil wir einfach nicht bei allen Angeboten, gerade von Top-Klubs, so früh im Alter mithalten können. Weil wenn man da einmal dann anfängt, solche Gehälter, Verträge und alles drum und dran den Spielern anzubieten, dann wird es halt immer teurer, auch bei den anderen Spielern. Und am Ende ist es ja trotzdem nur ein Invest in die Zukunft und du weißt noch gar nicht, wie das geht. Wir geben uns Mühe, die Spieler zu überzeugen, vor allem eben auch durch einen klaren Plan. Und da ist einer der klaren Pläne halt eine frühe Integration auch im Herrenbereich und denen auch Chancen zu geben und ihnen eben aufzuzeigen, wie kann der Weg bei Hertha sein. Wir wollen eine große Durchlässigkeit haben. Wir wollen viele Jugendspieler dann später eben auch als letztes Ziel in der ersten Mannschaft etablieren und gegebenenfalls dann bei uns ausbilden und wenn es dann gute Angebote gibt, dann eben im Millionenbereich verkaufen. Das muss ja so das Ziel sein bei der Jugendarbeit, die wir haben. Wir haben natürlich auch mittlerweile eine größere Konkurrenz von Union, die, sag ich mal, vor zehn Jahren jetzt noch nicht so wirklich die Konkurrenz im Jugendbereich waren, aber die auch das immer mehr ausbauen wollen. Und deswegen ist es für meine Begriffe auch total wichtig, neben den monetären, also finanziellen Aspekten, die man den Spielern kann, eben aufzuzeigen. Guck mal, wenn du hier bleibst, das ist dein Plan, den wir für dich vorausschauen. Natürlich muss der Spieler dann auch noch arbeiten und manchmal auch ein bisschen Glück haben, aber du musst wie bei so einer Ausbildung bei einem Azubi oder bei einem dualen Studenten, musst du ihm halt aufzeigen können und das macht ja jedes Unternehmen. Guck mal, wenn du hier die Ausbildung bei uns weitermachst, verdienst du vielleicht nicht so viel wie bei Club XY, aber das ist der klare Weg, den wir uns für dich vorstellen. Und das dann auch immer wieder mal in so Feedback-Gesprächen mit den Eltern und auch den Spielern und dem Umfeld immer mal wieder abgleichen. Haben wir das jetzt geschafft? Sind wir sogar weiter als im Entwicklungsplan vorgesehen? Und wenn wir es nicht geschafft haben, was liegt da dran? Wie können wir das ändern? Und ich glaube, das macht Zecke auch gut. Und Zecke ist halt auch, hat man ja auch bei der Mitgliederversammlung wieder gesehen, einfach ein Typ, der es weiß, wie spricht man junge Leute an, um die mitzuziehen. Also wenn ich mir das so vorstelle, ich bin junger Mensch, deutlich unter 18, wäre das auf jeden Fall ein Typ, ja, dem man folgen will. Der lebt härter, der ist irgendwie auch eine Atze, der kann die Spieler, bei den Beratern weiß ich jetzt nicht, aber der kann auf jeden Fall die Spieler, ich will nicht sagen bei der Ehre packen, aber der kann sie motivieren und so ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen. Und auf seine Anregung sollen die wohl auch da gelandet sein. Boris Mahmousa, 16 Jahre jung, zentraler defensiver Mittelfeldspieler. Ihm wird Zweikampfstärke und eine sehr, sehr gute Spieleröffnung attestiert. Den will Hertha wohl langfristig binden, hat einen Fördervertrag und soll mit 18 Jahren einen Profivertrag bekommen. Das gibt es ja ganz oft. Hat ja unter anderem bei uns auch das große Talent Ivo Maser, mit dem hatte man ja verlängert. Er ist ja immer noch 17 und wenn er 18 ist, wird das dann in einen Profivertrag umgewandelt. So ein Fördervertrag dann auch eben zu besseren Bezügen und das wird man jetzt bei vielen Spielern eben so versuchen. Er hat, Boris Mahmousa hat in der U17 27 Spiele gemacht, ein Tor und eine Vorlage beigesteuert. Wurde auch schon mal in der U19 eingesetzt. Und auch in der U23 eben zuletzt beim Test der U23 und ist auch ein deutscher U-Nationalspieler. Deutschland U16 und U17 insgesamt schon acht Spiele machen dürfen. Den will Hertha auf jeden Fall langfristig halten, deswegen ja auch dieses Mitnehmen und wahrscheinlich auch aufgrund seiner Leistung. Genauso bei Jelena Ndi, auch 16 Jahre jung, hat einen Vertrag bis 20, 25, 1,80 groß. Er ist links Fuß, kommt viel über den Flügel, ist schnell, sehr, sehr dribbelstark, gut im 1 gegen 1, verfügt über einen guten Abschluss und schlägt gute Flanken. Auch er soll einen Profivertrag erhalten, sofern er volljährig dann geworden ist, also in zwei Jahren. Also auch hier Fördervertrag und hat super Statistiken. Er ist noch kein U-Nationalspieler, kann man dazu sagen, aber hat in diesem Jahr auch in der U17 wieder 13 Spiele gemacht. Sechs Tore, sechs Vorlagen, lässt sich auf jeden Fall sehen und ist vielleicht dann auch nur eine Frage der Zeit, bis dort auch mal die U-Nationalmannschaft anklopft. Der kam 2018 von TB zu Hertha. Zu Boris Mahmousa kann man nochmal sagen, ich weiß gar nicht, ob man ihn eigentlich eher Boris Luhm nennt, also sein vollständiger Name ist Boris Schi Mahmousa Luhm. Also Boris Luhm ist ja aufgelistet bei Transfermarkt.de und hier steht auch nur, dass er schon seit jeher im Nachwuchsbereich von Hertha war, also gar kein anderer Klub hier aufgelistet. Dann gibt es noch einen interessanten jungen Spieler, auch in der U17. Er heißt Igor Gräber, ist mit 16 Jahren auch schon 1,89 Meter groß. Da bin ich mal gespannt, wie groß er am Ende sein wird. Wachstum geht ja bei Jungens dann doch häufig ein bisschen länger. Innenverteidiger, passt natürlich zu seiner Größe. Vertrag bis 2025 ist derzeit verletzt. Hat einen Fördervertrag mit einer Option auf einen Profivertrag und hat in der U17 dieses Jahr sechs Spiele gemacht. Kein Tor und eine Vorlage. Insgesamt in der U17 kommt er schon auf 25 Spiele und hat trotzdem zwei Tore, vier Vorlagen beigesteuert. Gilt als Tempo- und Zweikampfstark. Und ja, in seiner Jugend war er zuerst bei Starken, wo übrigens auch viele Spieler, bevor sie dann mal zu Hertha kommen, gespielt haben. Und dann bei Hertha 03, die kennen wir ja sowieso alle, hatten ja auch neulich ein Testspiel gegen sie. Ist ja auch so eine Talentschmiede, wo viele Spieler dann später zu Hertha gehen. Oder auch anderen Bundesligisten, wie zum Beispiel Antonio Rüdiger, der ja mal bei Hertha 03 war und dann, glaube ich, direkt zu Stuttgart gegangen ist. Ja, Egor Gräber ist jetzt seit 2021 bei Hertha und ist auch schon deutscher U-Nationalspieler. Hat dafür die U16 und U17 auch schon sechs Spiele machen dürfen. Dennoch ist leider derzeit keiner, kann man ja mal dazu sagen, die sind nämlich sehr erfolgreich, alle Gruppenspiele gewonnen und jetzt auch im Achtelfinale gegen die USA gewonnen. Bei der U17-Weltmeisterschaft Deutschlands ist leider kein Hertha-U17-Spieler dabei. Ich hoffe, das ändert sich dann in naher Zukunft. Bei der U19 gibt es ja immer ein paar. Ist leider derzeit keiner mit dabei. Ich glaube, Benze Dardai wäre dabei gewesen bei der WM. Der war ja auch bei der EM dabei und hat den Elfmeter verwandelt, wenn er denn nicht verletzt gewesen wäre. Sonst hat es leider da keiner von uns reingeschafft. Dann gibt es auch noch ein sehr, sehr großes Talent, über das auch viele sehr, sehr positive Töne schlagen und zwar für das zentrale Mittelfeld. Kian Todorovic, 16 Jahre jung. Da läuft nämlich der Vertrag aus, hat die BILD auch gesagt, will Hertha unbedingt verlängern. Scheint also auch dort andere Angebote wieder zu geben. Hertha hat auf jeden Fall das Ziel zu verlängern, ist zentraler Mittelfeldspieler. Rechtsfuß, kann auch rechter Flügel, hat leider derzeit einen Kreuzbandriss und fällt deshalb aus. Soll einen sehr, sehr guten Blick für den Mitspieler haben. So typisch diese tiefen Pässe spielen, diese Schnittstellenpässe. Sehr, sehr gutes Vertikalspiel quasi. Sehr spielintelligent und gute Standards, soll er auch schlagen. Er kam 2015 mit acht Jahren vom FC Internationale und manche sagen, erinnert vielleicht so ein bisschen von der Spielweise an einen Mesut Özil. Also große Spielintelligenz. Ich glaube, Vater ist aus der Türkei, die Mutter aus Serbien. Deswegen spielt er derzeit für die deutsche U-Nationalmannschaft der Türkei, für die U16. Da hat er schon zwei Spiele gemacht. Diese Saison für Herthas U17 leider nur sechs Partien, weil eben verletzt. Keine Torbeteiligung, gilt aber als eins der größten Talente. Können wir auf jeden Fall hoffen, dass Hertha es dorthin kriegt, in Form von Zecke, Benni Weber und Co. mit ihm den Vertrag langfristig zu verlängern. Auch wenn er da gerade einen Kreuzbandriss hat, wünschen wir ihm alles Gute. Dann gibt es noch einen jungen Mann, der Nachname wird euch was sagen. Kennt vielleicht auch viele schon aus der U17, auch sehr interessanter Spieler. Patrice Czovic, also der kleine Bruder von Maurice Czovic, der zweite Sohn von Ante Czovic. Auch 16 Jahre jung, zentraler offensiver Mittelfeldspieler. Auch nur noch bis 24 Vertrag, soll ebenfalls verlängert werden. Er ist Kapitän bei Herthas U17, also sieht man schon, was er auch für eine Wichtigkeit mitbringt. Ich glaube, Ante, Ante sage ich schon, Maurice Czovic ist ja glaube ich gerade Kapitän von der U23. Also die bringen auf jeden Fall alle Führungsqualitäten aus der Familie mit. Wenngleich es ja Maurice Czovic noch nicht geschafft hat, durfte zwar ein paar Mal bei den Profis mittrainieren, aber das war dann immer doch ein Schritt zu groß für ihn. Vielleicht mit seinem Bruder Patrice, hat jetzt elf Spiele gemacht in der U17, vier Tore dabei erzielt. Ist auch kroatischer U-Nationalspieler von der U16, zwei Spiele für die gemacht und kam auch 2015 mit acht Jahren zu Hertha auch von Starken. Also da kommen immer schon ein paar gute Talente her, muss man so sagen. Also auch da Hertha das Ziel zu verlängern, hoffen wir, dass es klappt. Ja und für mich ja eins der interessantesten Talente, da könnte ich dann vielleicht nochmal ein extra Video drüber machen, über U19-Talente, ist natürlich Julius Gottschalk. Der sollte euch allen ein Begriff sein, weil er letztes Jahr in der U17 überragende Leistungen gebracht hat und auch jetzt in der U19 wieder super performt. Unsere U19 ja auf Platz 1 der A-Junioren-Bundesliga bzw. U19-Bundesliga Nordost. Und er hat da einen großen Anteil dran. Sehr, sehr torgefährlicher zentraler offensiver Mittelfeldspieler, gutes Auge. Also ein bisschen so ähnlich wie Todorovic, nur halt schon ein bisschen älter und schon noch ein bisschen mehr von der Entwicklungsstufe weiter nach vorne. Das Gute ist, mit dem haben wir verlängert. Damals hieß es ja eine langfristige Zusammenarbeit. Da sollten ja auch angeblich wieder damals schon Gladbach und Co. interessiert sein. Er hat wahrscheinlich auch so einen Fördervertrag, dass er erst seit 17 mit 18 dann einen Profivertrag bekommt. Ist komischerweise, was mich wundert, liegt aber auch ein bisschen an der Konkurrenzsituation auf der Position. Noch kein deutscher U-Nationalspieler. Wie gesagt, da gibt es eine sehr, sehr große Konkurrenz, aber ist ein super Spieler. Zentrales, offensives Mittelfeld, 1,78 groß und hat er jetzt im Juli, wie gesagt, verlängert bis 20,25, was ich dann wahrscheinlich nochmal verlängern kann. Sobald er den Profivertrag erhält, hat in diesem Jahr, oder hat insgesamt für die U19, durfte auch letztes Jahr ein paar Mal in der U19 ran, 18 Spiele, sieben Tore und fünf Vorlagen. Und das als ZOM, sehr, sehr interessant. Und U17, letztes Jahr 17 Spiele, zehn Tore, zwölf Vorlagen. Das erinnert ja fast schon an die Nachwuchsstatistiken von einem gewissen Laki Samacic, der er wirklich überragt hat im Nachwuchsbereich. Über den haben ja damals schon alle super gesprochen, auch jetzt im Nachhinein, was das für ein Megatalent war. Leider hat er sich ja dann für Leipzig entschieden, spielt jetzt bei Udine, wird auch immer mal wieder umworben von absoluten Topklubs. Also da gibt es schon echt interessante Talente. Das waren jetzt mal die, die von der Bild aufgelistet wurden, die auch wirklich alle sehr interessant sind und wo Hertha nicht ohne Grund versucht, mit denen langfristige Verträge zu schaffen. Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Es gibt ja ein paar von euch, die schreiben mir das immer, dass die auch öfter mal bei U17 oder U19 Spiele sind, wer für euch so die nächsten größten Talente sind, ohne da jetzt Druck aufzubauen. Aber es ist einfach interessant, sich diese Spiele anzugucken. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich mir das auch viel gerne oder sehr gerne viel öfter anschauen. Häufig gibt es ja dazu auch erst Übertragungen, dann wenn es in diese Endrunden oder im Pokal geht. Aber es macht schon immer Spaß, wenn du so bei ganz, ganz jungen Spielern siehst. Du weißt natürlich nicht, wie die sich dann später im Herrenbereich durchsetzen, weil es auch nochmal eine ganz andere Körperlichkeit ist und weil die Konkurrenz da auch nochmal eine ganz andere ist. Also es ist ein Riesenschritt von einem super Nachwuchsspieler, wirklich auch ein guter Spieler im Herrenbereich zu werden, wo du dann auf einmal nicht mehr gegen Gleichaltrige spielst oder maximal zwei Jahre Ältere, sondern auf einmal gegen zwölf Jahre Ältere, die unfassbar viel Erfahrung im Herrenbereich mitbringen. Aber es ist immer interessant zu sehen, was da schon für Fähigkeiten vorhanden sind einfach. Du kannst dann schon an Bewegungsabläufen, an Laufwegen, an Auge für einen Mitspieler, an Spielintelligenz, Ballmitnahme. Du siehst schon so viele, oder Zweikampfstärke auch, du siehst schon so viele interessante Attribute, wo man dann immer so überlegt, könnte das bei dem was werden, finde ich immer mega interessant. Aber wir haben ja, wie gesagt, in der Vergangenheit auch leider zu viele Spieler früh verloren, ob das ein Gladbach war, das war ja dann schon ein bisschen später mit einem Ulrich zum Beispiel, oder eben auch so ein Seko hieß der, glaube ich, der schon ganz, ganz früh, bevor er 15 war, zu Bayern gegangen ist. Damals die Motiker oder die Brüder, wie hießen die, die Reihenbrüder, die auch früh gegangen sind. Und man sieht ja auch, dass es für die immer gar nicht der beste Schritt ist. Klar, kurzfristig erhältst du dann wahrscheinlich auch erstmal gut Kohle, was auch für eine Familie nicht unwichtig ist. Aber man sieht ja, dass viele damit eben Probleme haben, sich dann dort wirklich durchzusetzen bei diesen großen Clubs. Und wenn wir irgendwann der Club werden, wo man sagt, ey, wenn ich als Jugendspieler hier Gas gebe, dann kann ich bald im Olympiastadion spielen, weil ich kriege bei dem Trainer und bei dem Verein die Chance. Die kaufen auch so ein, dass auch Jugendspieler trotzdem noch Möglichkeiten haben, in den Kader vorzudringen und setzen dann auch auf Jugendspieler. Dann hat man ganz vielen anderen Vereinen in der 1. und 2. Liga ganz viel voraus, die halt immer wieder mal dieses Mindset haben, ja, erstmal etablierte Spieler und junge Spieler müssen erstmal reinkommen. Klar, sagen wir das auch, ist ja auch so, du willst ja auch keine jungen Spieler verbrennen. Aber irgendwann musst du dann auch mal den Mut haben, um eben auf junge Spieler zu setzen und auch intelligente Entwicklungspläne, wie zum Beispiel, was ja Pal Dada jetzt auch erwähnt hatte. Kenny ist geblieben, Seevolk ist geblieben, wo ja beide hätten eventuell gehen können im Sommer. Pekarik war noch da und da hat man eben zu Aitschi gesagt, ey, dann lass uns doch Aitschberger verleihen, damit er da in der 3. Liga den nächsten Entwicklungsschritt bei Halle machen kann. Oder eben bei Winkler, wo das ja super aufgegangen ist. Hatte ja schon ein paar Mal Einsatzzeiten bekommen, unter verschiedenen Trainern in der 1. Mannschaft, konnte sich nicht richtig durchsetzen und da hat man gesagt, gut, Konkurrenzsituation ist noch da, mit unter anderem Luke Backer spielt bei uns sowieso nicht höchstens U23, leihen wir den mal nach Mannheim aus. Und ohne, dass man die dann gleich abgeben will. Natürlich gibt es auch andere Beispiele, wie bei einem Wollschläger, wo es jetzt derzeit nicht so richtig aufgegangen ist. Aber ich finde, man sieht schon klar einen Weg und man sieht auch schon klar, wo es hingehen soll und dass die Strukturen dahingehend wirklich verändert werden sollen, was mich sehr freut. Ob es dann am Ende für die Spieler reicht, liegt natürlich auch ein bisschen an Glück und auch in ihrer eigenen Hand und teilweise eben auch an der Konkurrenzsituation haben sie auf ihrer Position jemanden, an dem man einfach nicht vorbeikommt. Aber es gibt immer mal wieder Verletzungen, es gibt immer mal wieder Chancen für junge Spieler und mir macht das einfach Spaß. Ich kann es immer nur wieder sagen, mich motiviert das als Fan, wenn ich so viele tolle Talente sehe, auf die man sich freuen kann, als wenn man eben immer nur irgendwelche Legionäre einkaufen muss, die dann ja auch nicht den Bezug zwangsläufig haben können und mit denen man sich als Fan nicht identifizieren kann. Ich sage es immer wieder, beste Zeiten für mich, obwohl wir da gar nicht so krass erfolgreich waren, war wirklich diese Berliner Zeit mit den Boatengs, mit Ebert, mit Dejaga, mit Fatih, mit Schahed. Diese ganzen Jungs, die alle aus Berlin kamen, das hat, finde ich, auch nach außen uns mega sympathisch gemacht und auf so eine Zeiten hoffe ich auf jeden Fall wieder. Gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da und vielleicht sieht man sich ja in Hannover. Macht's gut und auf hoffentlichen Auswärtssieg in Hannover. Ciao, ciao, hao he. Ciao, ciao, hao he.